Moin Moin und willkommen zu einer weiteren Runde Let's Play Marios Masochistic Mission. Wir waren beim roten Schalter angekommen und machen jetzt weiter mit... Ja, ich mach mal hier weiter. The Abyss of Pain. Na dann. Sales Dates liegen bereit und wir fangen einfach mal an. Mal sehen, was uns hier erwartet. Okay, das erwartet uns hier. Äh, hm. Oh mein Gott. Oh, das fängt schon wieder großartig an. Ich seh das schon. Irgendwie beginnt jedes meiner Videos seit neuestem mit diesem Satz. Och, Mann. Links, rechts, links. Was willst du von mir? Was soll denn so was hier? Ey, und noch weiter, oder? Ey, was ein Fall. Was ist das denn für ein kaputter Fall? Oh mein Gott. OMG. Sie sagen mir nicht, dass das ganze Level jetzt so strukturiert ist. Dann kriege ich aber gleich hier sofort auf der Stelle einen Schreikrampf. Herrgott, dafür nehme ich echt den Joystick. Komm schon. Jetzt. Nein. 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 Oh Mann. Nein. Ich stelle mich aber auch gerade wieder an. Nein. Das nächste Mal, wenn ich da unten bin, setze ich in Save State. Das ist ätzend. Nein. Das konnte ich gerade noch mal retten. Obwohl, ich glaube nicht, dass das sehr gerettet ist. Obwohl. Na, geht doch noch. Yay. Ich bin durch. Ich bin durch. Was kommt hier? Okay. Quer runter. Natürlich. Ja, sichi. Wieso denn auch nicht? Äh, nein. Oh mein Gott. Sowas denkt sich doch echt nur ein krankes, krankes Gehirn aus. Herrgott im Himmel, hilf mir. Was sind denn das, was ich hasse? Ich komme nicht da drauf klar. Das ist doch nicht zu fassen. Moment. Ich mache hier ein Save State. Dann kann ich in der Luft speichern. Jawohl. Das geht. Das geht. Das geht irgendwie. Ich habe es doch eben gehabt. Nein. So geht das. So geht das. Alter. Ich war doch eben durch. Komm schon. Mario. Ich war doch eben schon durch. Nein. Nein. Ach. Ich schwitze jetzt schon wie ein Affe und ich... Das wird noch nicht besser. Oh, Herrgott. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Ich bin durch. Hm. Das ist fürs Erste. Äh. Was kommt hier? Ja. War mir doch klar. Ein sadistisch-böser Sprung. Na gut. Der sieht jetzt nicht so schwer aus. Und ich springe trotzdem voll daneben. drüben ist ein Schlüssel. Das ist... Ja. Da komme ich irgendwie nicht ganz dran. Ich muss genau in der Mitte anfangen, Speed aufzunehmen. Moment. Es geht doch. Es geht doch alles irgendwie. Gott. Wenn ich dieses Level hinter mir habe, mache ich glaube ich erst mal fünf Kreuze. Na gut, das ging. Äh. Das ging auch. Okay. Das ist gemein. Das auch. Äh. Speichern wir wieder in der Luft. Okay. Mach den Fall doch noch ein bisschen länger. Das war jetzt keine Aufforderung an dieses Level. Nicht, dass gleich erst mal fünf Minuten Fallen angesagt ist. Darauf habe ich echt sowas von keinen Nerv. Komm schon. Nein. Was ist... Der Fall ist mir echt schon zu ätzend lang. Was soll denn das? Oh mein Gott. Was ist das denn? Erst dadurch. Und dann dadurch. Ach. Nein, das war versaved. Das auch. Das ist ja super. Ja. Oh mein Gott. Und runter. Runter. Du sollst runter. Runter. Das ist so ätzend gemein. Da muss ich mich schon durch drei Löcher zwängen irgendwie. Und dann will er noch, dass ich nochmal... Das ist doch nicht... Das ist doch nicht gerecht. Wir laden den Stand neu. Und versuchen es so. Hm. Wenn dieses Level nur halb so lästig wäre... ...wäre es immer noch... ...nervtötend. Das ist doch nicht. Oh mein Gott. Oh Mann. Ich mache hier erstmal kurz einen Cut und ich bin gleich wieder da.